weil das ist ein ziemlich weiter weg bis dahin so wie ich weiß und jetzt müssen wir noch diese oase machen mit diesem krumm nilpferd stimmt das was nilpferd noch wo war das noch mal weil gibt es nur die einstieg kiste und eigentlich müssen wir da die nilpferde noch retten sollte das level sein oder das ist die schattige oase wie fehlt ab 1 der letzte level dann haben wir auch den herbst die herbstliche heimat beendet was dann doch ziemlich abbaulich ist sagen wir so das muss beim weg fliegen dafür kennen wir schon so bitte da es jetzt noch diese nennen der nennen leute sind wir da irgendwo ist wo ist das ding hier jetzt machen wir mal locker hier fertig was du willst haben das fängt jetzt wieder an hier fährt macht bitte die tür auf mhm power ouch ich dachte ich wäre früh bin rausgerissen hinterhalt das ist eigentlich schade dass im anderen teil war sie auch immer überall die gegner wieder da hier Kotze steht ich werde durch hier fährt wo bleibst du 3 2 1 Fast. Ob du bauen? Ey! Was gehst du denn ab? Alter, mit der Luft erwischt! Hahaha! Hahaha! Dieses Na-Na-Na-Level ist doch ganz schön fies bauen. Bam-bam! Bam! Jetzt voll brutal hier. Unterwegs. Ohai! Mann! Hier müsste noch einer sein, ne? Hier fährt! Alter, wolltest du jetzt echt warten, bis ich da durch bin, ey? Oh Mann, ey! Jetzt war ich doch schneller als der. So abpflegt er schon. Oh, danke! Autsch! Deine Kugel kann ja mal eins. Drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen gestohlen. Bitte hol die Lampen. Das habe ich schon. Habe ich eigentlich schon, aber mache ich noch. Danke, dass du mich... Ja, bitte. Jetzt bin ich runter. So, es sollten vielleicht die restlichen Edelsteine sein. Jawohl. Jetzt zu dir. Meine acht Brüder sind in Stein gefangen und werden versinken, wenn du sie nicht befreist. Mach Kopfstöße auf Steine, indem du springst und dann Aktionen drückst. Mir nach! Mir nach! Ist jetzt nicht ganz... Ihr könnt fliegen. Okay, ich weiß jetzt nicht, dass das so schwer dran soll, aber... Danke für die Rettung! Ich habe nur dieses Dingsbums für dich. Aber wenigstens ist es kein Stein. Das finde ich sehr nett. Und damit haben wir auch herbstlichen Wald beendet. Ne, Heimat. So, alle Kugeln und... Ab, rein da! Ging locker leicht. Von der Hand. Außer... Ähm... Ja, mit dem kurmigen Bug. In diesem... Kurmigen Ding da. Und... Ähm... Beim Metro halt der Jäger, der doch ein bisschen extremer wurde nach dem ersten Mal. Ich habe das erste Mal auch, dass ich mich so damit an den Schrank gewöhnen kann. Und beim zweiten Mal ist es richtig extrem. Ich habe mal drei Versuche. Bin ich gar nicht so schlecht. So, und jetzt geht's... In die Wintertundra wieder. Komm, ups, sorry, war ich nicht. Wintertundra ab, dein. Damit man ja genau mal gucken kann, welches Level wir jetzt reingehen. Damit wir das noch machen können. Vielleicht auch noch eins. Mal gucken, wie viele... ...ich jetzt mache. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon... ...dran bin. Kann sein, dass ich vielleicht in... ... eine komplette Folge packe. Oder in zwei. Muss ich gucken. Damit ich es euch servieren kann. Am besten. Am besten alles nur eine Folge. Aber mal gucken. Da sind wir. Wir sind... Kurzer Abstieg. Okay. Und hier ist... ...Zauber-Simpfe. Wir haben jetzt 30 Leben. Sollte in Ordnung sein. Letztes Mal hatten wir... ...bei der PS1-Vision graben auf 3. Oder 2. Oder sind sogar einmal Game Over gegangen. Weiß ich gar nicht, oder? Ich glaube, in Teil 3 bin ich einfach auf jeden Fall Game Over gegangen. Aber... Ich weiß gar nicht. Das haben wir schön gemacht hier eigentlich. Dass man sich wirklich hier innerhalb der... ...Ladefrequenz bewegen kann. War auch schon ein Talent so. ...Elefantenschnecken. Elefantentiere. 400 und 3 Kugeln. Fangen wir schon mal an zu sammeln. Alter. Klingt wie bei Tarzan. Wie PS1. So, wo... ...oder was ist jetzt für Sparks da? Alles ist anders, seit der magische Springbrunnen aus ist. Es würde helfen, wenn du rausfindest, welche böse Macht hinter dieser Katastrophe steckt. Okay, aber wie gesagt... ...kriege ich kaputt gerannt? Jawohl. Kriege ich. Ich hätte mir vielleicht Sparks bei mir noch aufpäppeln sollen. Ich weiß gar nicht, wenn die rennen, wenn die rennen, wenn die rennen, sind sie genauso. Oh, ich dachte gerade schon, warum fällt denn der nicht um? Die sind fies. Man muss eigentlich bei jedem Baum mittlerweile aufpassen. Es gibt Level, da sind Bäume der Gegner. Feuerwerk! Pam, 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 pam. Kann ich mit etwas haben für Sparks? Das wäre sehr, sehr nett. Reicht ja, wenn ich nur einmal Sparks bekommen würde. 20 Gegner, oh, das sind aber wohl viele Gegner. Bam. Ne, 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 ne. Ah, Frosch! Sparks! Ist wieder da. Kann man noch ein bisschen neben den Hedelsteinen rumgehen dafür. Muss ich die nicht anzünden? Irgendwas war da. Ich mach die nochmal an. Elefantus! Maximus! Ich bin dafür noch abwärts getroffen. Guck mal, wer weiß, finde ich diese kleinen, oder die Affe, äh, die Affe und Gefährlichsten von den ganzen Leuten hier als Gegner. Noch einer? Okay, bam. Oh, ich kann ja sicher schwimmen, ne? Kann ich ja tauchen. Oh nein. Das wusste ich sogar noch, dass man die Gegner halt nur erwischen darf, wenn sie, äh, normal sind und nicht klein. Also, ist aufgeblustet. Bist du ja da? Oh, Mann. Ist er dick? Jetzt! Jetzt haben wir schon 20. Jetzt haben wir noch 20 Stück. Was war mit den Punkten? Ich krieg'n Turbo. Ich krieg'n Turbo. Ah! Sparks sind wieder voller Kräfte. Okay, warum ist die Ente unglücklich? Die braucht wohl ihre... Jungen wieder. So, Moment. Ich will da nicht runterfallen. Langsam. Quack, 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 quack. Für was ist das jetzt hier? Ah, dafür. Ne, ne, ne. Alter, doch erwischt. Ne, nein, nein, nein. Boah! Tja, wer ist der Stärkere? Wow! Schau... Ach, ne, ne. War das nicht das, wo wir hierher laufen müssen? Weil sie ist nämlich stark danach so nem... Laufding nochmal aus. Ne, dann hier her. Und irgendwie auf die andere Seite. Boah! Ich hoffe nicht. Müssen wir hier keinen verfolgen irgendwo mal. War doch irgendwas, was wir hier einen verfolgen müssen. Aha, ich hab da was... Oh! Gesehen, was sich da bewegt. Hey, du! Bewegt sich doch. Wollt ihr euch tarnen? Funktioniert aber nicht. Lass ihn dann, Frosch. Brauche ich dringend. Froschlein. Schaut mich genau... Da ist ein Leben. Sogar noch besser. Okay, kann ich nur schwimmen. Okay. Ach, ne. Das ist so ein Kummiger Topf. Da muss ich irgendwo... hier so einen Samen finden. Going up. Yep. What?